Zu dritt auf Zavotte, das rockt. Mit dabei ist dieses Mal der Obi-One-Two. Halli, hallo. Und der Bodo Mella. Halli, hallo, Hallöchen. Lauf, bravo. Was jetzt? Lauf, bravo. Lauf, bravo. Bravo, lauf. Tod, lauf. Direkt durchgrast. Und ein Panzer. Lauf, down. Panzer, down. Oh, Heli. Einsatzstil Charlie, bravo. Ich kriege da. Die kommen. Wow, die kommen. Scheisse, die kommen. Tod. Der Heli. Oh nein, Kai, ich war so kurz vor dir. Ja, kein Problem. Gut, dann gehen wir gleich mal zu Alpha. Oh. Mal Bremse einlegen. Genau. Hü, 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 hü. Hü, 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 hü. Achtung, wir haben Einsatzstil Bravo verloren. Können wir noch von einer Munition abgeben? Hier, du. Achtung, da steht einer im Eck, wenn du rechts rauskommst, rechts, und zwei, einen habe ich, Ah der andere hat mich, ah scheisse, danke fürs reanimieren aber, ja, pfosten war am Weg, du darfst voll pfosten. Also komm, jetzt gehen wir zu Foxtrotz, holen wir da von hinten, Magdaniel, wenn du hinten willst. Wo bist du raus? Kein Problem, kein Problem. Ist schon da, sieht mir aus, noch Mine, ah, jetzt gab es noch eine Mine, ah, äh, Bodi, oben dran, oben dran. Ich geh raus. Wir haben Einsatzbeziel Foxtrotz neutralisiert. Komplett tot, Achtung Fussgänger. Ich hab einen feindlichen Potzerwagen gesichtet. Bei ihm ist jetzt Platz im Panzer. Wer steht da, wo ich gestorben bin, steht der immer noch, der dobe Fussgänger. Ich hab einen feindlichen Emile, das ist in eurem Gebiet gesichtet, over. Nein, 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 nein. Okay, Platz ist frei. Wir müssen hier konzentrieren. Wir müssen hier auf dem Boden stehen. Das ist der Boden, der ist jetzt zu dem Container, wo ISL draufsteht. Ja, alles klar. Ah, der ist weg. Gut, wir gehen weiter. Könne ich mitfahren? Unen Panzer. Unden. Bode, Panzer unten Nein, das ist hier nicht Geil, auch mal Ich brauche noch einen Schuss Komplett leer geschossen Toll Wow, jetzt bin ich aber gerade Uah, nein Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah So, ich verstecke mich mal im Wald Ja, ist gut, verstecke dich mal im Wald, hast Broker rumgelegt Gut, go, go, wir gehen zu Delta Oh je, oh je, schon wieder ein Sniper Da stecken wir ihn weg Ich warte aber jetzt nicht mehr Haben die Schaffen, zwei Leute Gut, los Achtung, Fuss geht man Das ist die vier von oben Wir sitzen oben auf dem Dach Oh ne, die M So, ich habe den kleinen runtergeholt So, ich habe den kleinen runtergeholt Ich hole den großen, wo ich dann auch ganz runter Gut 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 Bravo Wir müssen dieses Einsatzziele angreifen Im Wald sind sie, oder? Und Panzer da Eng nur ein bisschen, sorry Zwei Leute vor dir, Adam Jetzt ist nur noch einer Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr schön, Adam Hier ist deine erste Hilfe Oh ne, pass auf, da ist die Larve Ich bin Lenke, Flanke So Ah, scheisse, fahr genau zu uns Sorry, Adam, geht nicht Nee, 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 lass, lass Schau mal mit dem Panzer, wie die das so haben wollen Wow, 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 Heli Ich bin tot? Ja, ich auch Beistück da Okay Dann mache ich den mal raus Sorry Also Delta gilt, gell? Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen Ich bin tot Ich fahr einfach scheisse Aus Ich bin ganz aufs Dach Ja Keine Chance Ich bin fort da Wir haben gerade die Kontrollen über Einsatzziel schade übernommen Wir haben gerade die Kontrollen über Einsatzziel schade übernommen Wir sind Scharfschütze gesichtet Ich bin da Ich, bin ich Boah, die machen wir da auch kleine Löcher auf, dass wir rein schiessen können Ja, warte Ich habe gerade einen feindlichen Soldaten gesichtet Over So, Achtung, mach gleich Pumps Bist du mal ein bisschen offen? Sehr schön Wir haben die Kontrollen über Einsatzziel schaden verloren Wir sind weg von der Wand Wir sind weg von der Wand Okay, die sind da unten Ah, tot Ja Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert Ich habe den feindlichen Soldaten gesehen Im Tod Achso, Einsatzziel Charlie wurde erobert Ich habe gerade einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet Over Achso, ich habe gerade einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet Over Achso, du bewegst mich immer wenn ich schiess Hä? Was?! Sound Sorry? Ja Geht ja jetzt nicht mehr zum Eile-Heile-Machen. So. Es hagelt. Einzige, das passt ja ab, wer soll das entdecken? Warum da oben runter? Greif dieses Einsatzziel an. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Hm, tot. Nur noch an der Fahne. Da kämpfen sie schon wir. Naaah. Waaah, Scheisse. Waaah, Scheisse. Da ist ein feindlicher... So, wo sind denn hier eigentlich? Also, kommen doch mal bitte zu mir und dann machen wir doch mal was, hm? Greift an! Dieses Einsatzziel! Sonst sieht das nämlich schon an. Ja, die capten da alle auf... Ja, ja. Das ist doch kein Problem. Dann gehen wir halt nämlich jetzt nach Bravo. Greift dieses Einsatzziel an! Brauchen wir Sammeltransport, oder? Nein, eigentlich nicht so. Mein Laufen darf ich jetzt mal. Da hätten wir so... Da wäre ein Eile da, sowas. Wir haben feindlichen Eile! Hm, Hölle ist immer offensichtlich. Ja. Ja. Diese Crew... P-Lyden her für mich auch. Ja. 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 Pot! xkar Du. Kämf hear. Ja! Alles noch. Hier drüben ist deine erste Hilfe! managg Oah! Sind die auf den Dächern, ey? Oder wo sind die denn? So, ich hab noch eine Mitfahrgelegenheit. Mhm, fahren wir zu. Komm Jungs, jetzt machen wir mal da mal etwas im Team. Jetzt müssen wir auch hier bleiben und dann geht das. Und dann mal da die scheiss CQ-Type. Jetzt sieht so drastisch krass aus. Gut, wo ist denn der Adam? Adam ist ganz weit zurück. Nee, ich bin hinter euch. Ich bin natürlich 20 Meter. Okay. Adam hat gerade ein Heli vor uns? Ja. Ein Heli! Boah, aber ich bin sofort angegriffen, ey. Oh nee, diese M142. Die AA, wenn du einmal damit getroffen wirst, bist du raus. Was? Da ist dein Minikit! Los, nehm es auf! Ach, komm! Boah, komm! Komm! Ich mach' mal. Grab' es. Gut Pody, mach' mal das, ist gut. Löff' das Einsatzziel an! Und jetzt B, oder? Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Flüchtende weg. Ich bin tot. Gut geschützt. Wann hättest du dir gehalten? Vor mir dann. Ah, sehr schön. Ah, sehr schön. Danke Jungs. Jetzt gehts doch wieder mal los. Und bravo Jungs. Jetzt haben wir uns gefunden. Bravo, Hammer. Gut, und zurück zu Charlie. Bitte erst, Delta. Charlie, Hammer. Delta. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Ich bin tot. Von hinten. Hinten Kai, Achtung. Schutzen. Ja, kein Problem. Ich bin doch nicht. Genau! Dann machen wir es wieder los. Dann geht's. Ja, vorhin. Immer Zeit, das wird nicht. Das ist das. Ich habe einen feindlichen Heli gesächtet. Gut. Einsatzteam Parkstraße, wir werden mal realisieren. Ich habe einen feindlichen Panzer gesehen. A, A, B, Bravo. Ja. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Du hast keine Munition. Ich bin tot. Panzer von A kommt. Messlich, deiner Munition ist ein feindliches Fahrzeug. Danke doch, ich stehe in deiner Schuld. Ich bin tot. Das letzte Panzer, der mich erledigt hat. Du kommst geil aus dem Loch raus, ja. Das ist... Merci. Und go. Hopp. Jawohl, sauber, Budi. Einsatzteam ECO wurde erobert. Einsatzteam ECO wurde erobert. Einsatzteam ECO wurde erobert. Weiß. Dann kommen wir bei mir raus. Ah, okay. Greif dieses Einsatzziel an. Ich hole den Charlie wieder. Ja. Doch. Druck hat 200 Meter. Ich habe feindliche Panzer an der Gesicht. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße. Oh, man. Zwei, drei Stück, ey. Das ist too much. Auch für den Obi. Irgendwie ist Charlie einfach voll in Mode, ey. Guck mal den Honk an, der schießt von hier hin, ey. Ja, ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet. Bin drin. Na, dann wird's geil, wenn da alles Geld nüsst, wie für dir. Steigt aus. Oh. Ich bin schon dann natched. Direkt vor mir. Ich bin schon hier gesichtet. Ah, was willst du denn anrichten, Junge? Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schiff. Panzer. Panzer. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin bei E und reanimieren sich selber. Und das ist mindestens ein Sport. Mindestens. Ich bin bei E und reanimieren sich selber. Ja, die kommen jetzt von der Panzerruine raus. Ich bin hier fast ausgestiegen. Da sind sie rumgerannt wie die, wie die Blünen. Ich bin hier. Ich bin hier. Und da sind sie. Wir- AHHHHH AHHHHH Also heute nerven sie mich die Scheisssniper Sie sind nicht die grössten Dreckse Erschuße Also Eco verteidigen Wirst du dieses Einsatzziel verteidigen? AHHHHH 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 Das kann nicht wahr sein Den F**ing Lips Ähm ich bin hier AHHHHH Nur unter dem Gewitter Jaja ich komm raus und bin tot Das ist so richtig blöd Kaputt Ach Der Scheissnetcode ist ja wieder voll für den Arsch Was da wieder verbessert hat AHHHHH AHHHHH Da sind wieder recht viele Leute bei Eco Versuchen wir das mal irgendwie Ja Ich bin tot Skiper Jawoll Multikill Danke Sehr schön Adam Tot AHHHHH Jetzt kommt noch so einer Dankeschön Die erste Hilfe ist unter dir Blimm Boah das war doch ein Diffinkill Einfach Wir haben gerade die Kontrolle übereinst Nein NEIN Okay Schögei A ja ja Der Bowli errockt Nein Stärb aber nicht Weisst du das ist das Problem Na also da Da sind wir recht vorgeführt worden Ja du. Und da bist du ein Wort, meieieieieieiei. Ich bin mal weiter. Hä? Ich bin mal weiter, ja. Hä? Hä? Ich bin raus. Boah. Oh meinst du? Ja, aber wo? Oh. Jetzt bin ich tot. Ich habe jetzt gerade drei Magazine beschossen. Und habe keinen Trocken. Komischerweise. Hä? Sniper auch nicht. Leck meinem Arsch, ey. Hier ist das Mediket. Du hast jetzt gerade richtig geblackt. Ja. Ja, das Spiel wie mir auch, ja. Ja, hier haben gerade drei MG4 Magazine im Ballon. Hallo? An alle. Einer zieht Tops. Totes Talur. Hier ist ein Mediket. Einer und Talur. Einer und Talur. An alle. Einer zieht Tops. Totes Talur. Einer vorne. Hier ist ein Mediket. Einer. 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 Mühsame Scheiße. Ja, das ist wirklich mühsame Scheiße, du. Oh, ich hasse Sniper. Ey, die könnte man eigentlich hier verbannen. Also wenn wir jetzt noch ein schönes zusammenkriegen, dann bin ich nur dabei. Ja, da hoffen wir es. Last but not least. Ja, ich muss morgen früh wieder antanzen. Im 0-3. Scheiß Sniper. Ja, wirklich. Ich bin jetzt gerade, da war jetzt gerade ein riesen Lack. Ich habe auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Ich habe zwei Magazine. Ja, durchlassen. Niemand ist gestorben. Ja, gut. In dem Fall, danke fürs Zuschauen. 2